Das ist für das Mr. Bike Productions Community Skills Table. Das ist für das Mr. Bike Productions. Das ist für das Mr. Bike Productions. Jetzt möchte ich mich nochmal bei allen bedanken, die mir Videomaterial zugeschickt haben und auch gleichzeitig bei denen entschuldigen, die ich jetzt vielleicht nicht verwendet habe, weil teilweise habe ich echt Wochen gehabt, da habe ich überhaupt nichts bekommen, dann wieder Tage, da bin ich echt fast zugebombt worden und dann bist du gerade in der Arbeit und kommst nicht dazu, das anzugucken und dann verplanst du immer ein oder zwei, weil es echt Nachrichten übereinander liegen und wisst ja selber, das ist echt teilweise sehr, sehr, sehr unübersichtlich gewesen, aber das ist halt leider, ja, muss ich mich entschuldigen, das konnte ich einfach nicht besser planen und ja, wenn jetzt jemand sagt, hey Mike, du hast mich nicht drangenommen, schick mir das bitte nochmal, dann bist du im nächsten Mixtape auf jeden Fall mit dabei. Ich sammle gleich wieder, lege einen neuen Ort an für das neue Zeug und ja, in dem Sinne, vielen Dank fürs Zugucken, euer Mr. Mark.